Dein Vermieter verbietet dir das Rauchen in der Wohnung. Darf der das? Gib mir 10 Sekunden Zeit und mach am besten schon mal das Plus weg, wenn du weitere Tipps rund ums Thema Wohnen haben möchtest. Es ist super easy erklärt. Eine generelle Nichtraucherklausel ist im Mietvertrag nicht okay. Aber dein Vermieter kann mit dir einen individuellen Vertrag anlegen, in dem dann das Rauchen untersagt ist. Und wenn dann in der Wohnung geraucht wird, dann kann der Vermieter die Wohnung auch kündigen.